Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu Dishonored. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Sokolov. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal, weil wir das schon länger nicht getan haben, uns mal das Buch angucken. Und zwar über die Weiner. Die Weiner, die Weiner, die Weiner. Da haben wir es. Weiner. Okay, Auszug aus den Notizen von Dr. Galvani zur richtigen Behandlung der mit der Seuche infizierten Personen. Wenn ein Opfer einmal aus den Augen zu bluten begonnen hat, ist ihm nicht mehr zu helfen. Nach unserem gegenwärtigen Verständnis der Seuche ist der Tod unausweichlich. Mit der richtigen Strategie können wir jedoch ihre Ausbreitung eindämmen. Alle, die mit einem Weiner oder Infizierten im letzten Stadion zu tun haben, müssen großzügige Mengen der vorhandenen Schutztränke zu sich nehmen. Auf die Variante kommt das dabei nicht an. Beispielsweise kann es Sokolovs Elixier oder Pierros Arznei sein. Eine Dosis pro Tag für normale Soldaten, zwei für alle Offiziere. Die Offiziere kriegen wieder mehr, ne? Die Distanz zu den Infizierten muss gewahrt werden. Um den Kontakt mit parasitären Insekten zu vermeiden, die den infizierten Wirtskörper besetzen, wird dazu der Einsatz von Sperrwaffen oder Feuerwaffen mit Brandmunition empfohlen. Sämtliche Gerätschaften, die dazu verwendet werden, Infizierte zu einer Deportationszone wie dem überschwemmten Bezirk zu transportieren, sind nach dem Gebrauch ausgiebig zu reinigen. Dazu zählen Metallzwinger, Transport und Frachtwagen. Okay, also ich glaube, denen ist dann wirklich nicht mehr zu helfen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob die... Weil wir haben ja hier gerade... Wir haben ja einen Weiner umgebracht gehabt, ne? Ob der Weiner denn jetzt als Opfer zählt? Da bin ich schon mal gespannt drauf. Und dann war noch was, was ich mal machen wollte. Wir haben doch schon wieder so eine ganz schöne Menge an Runen eingesammelt. Da können wir doch hier die Kräfte, ne? Guck mal, elf Runen. Bestimmt hier irgendwas verbessern. Nachtsicht, teleportieren, verbessern. Auf jeden Fall. Machen wir mal. Drei Runen. Was haben wir jetzt? Stufe 2. Schnelle Vorwärtsbewegung über längere Distanz. Strategischer Hinweis. Teleportieren erlaubt es dir, ungesehen sehr schnell zu bewegen. Ist bestenfalls Schleichen geeignet. Du kannst... Okay. Das ist nur nochmal eine nähere Beschreibung. Die haben wir jetzt, glaube ich, oft genug eingesetzt, dass wir wissen, was wir damit machen. Tödlicher Schwarm. Okay, das sind die Rattenschwärme. Windstoß. Mächtiger Wind, der Gegner zurückdringt oder umwirft. Aha. Was eben Türen zerschmettert. Schattenangriff. Beweglichkeit. Erhöhet sich und Fallschaden reduziert sich. Das nehmen wir noch. Ich versuch mich mal... Oh. Du kannst höher springen, indem du Leertaste gedrückt hältst. Aha. In der zweiten Stufe kannst du wesentlich schneller springen. Okay. Können wir eigentlich gleich machen, ne? Zack. Dann können wir noch schneller springen. Ich nehme erstmal die Sachen, die uns jetzt keinen Kraftvorteil bieten, sondern eher unsere Bewegung oder sowas hier. Gesundheit erhöht sich. Okay. Und das war es dann auch. Obwohl teleportieren könnten wir noch. Hä? Warum blinkt das noch? Tutorregel ansehen. Warum blinkt denn das noch? Achso. Weil ich es angewählt hatte. Und warum ist hier noch so ein... Okay. Das ist jetzt weg. Genau. Wir wollen ja Sneaky bleiben. Und nicht wirklich auf Angriff gehen. Das heißt, wir können uns jetzt irgendwie weiter teleportieren. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt merke. So, und da steht noch einer. Und da ist wieder dieser Tesla. Den müssen wir irgendwie ausschalten vorerst. Da steht auch noch einer drinnen. Wir wollen mal gucken, ob wir die irgendwie umgehen können. Haben wir hier irgendwas? Oh. Das waren, glaube ich, die Ratten gerade. Die er gegrillt hat. Guck mal, hier geht's runter. Wo geht's denn hier lang? Da kommen wir irgendwie durch. Aber ich finde das so super mit dieser... ...Abenddämmerung hier. Ich merke richtig, wie die warme Sonne mir auf dem Rücken strahlt gerade. Fällt heu. Mhm. Warning. Ah, da sieht's ein bisschen matschig aus. Texturenmäßig. Die Häuser da, ne? Nicht ganz so schön. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Äh, Slackjaw's Lieferungsnotiz. Von Slack... Slackjaw? Slackjaw. Äh, hier ist das Elixier, das du diese Woche auf den Katwindbrücken verkaufen musst. Ah, okay. Wenn du alles verkauft hast, bring das Geld zurück in die Destillerie. Ich gebe dir deinen Anteil und die Lieferung für nächste Woche. Wenn du zu dumm bist und geschnappt wirst, wirf das Elixier in den Fluss, damit es nicht Sokolov in die Hände fällt. Ich will nicht, dass er Wind von unseren Machenschaften bekommt. Anschließend springst du dann selbst in den Fluss. Verstanden? Slackjaw. Okay. Ist... Ist das vielleicht ein Hinweis? Wollen wir da mal kurz reingehen und gucken? Liegt hier jetzt irgendwo jemand? Ich sehe gerade keinen. Oh, Fischer. Raus hier. Hätte sein können, dass er irgendwie sich jetzt hier reingestürzt hat. Hätte mich nicht gewundert, wenn sowas hier drin wäre. Okay, und dann können wir... So. Aha. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Ratti ist sehr lieb. Wir hätten auch hier einfach über die Boote gehen können. so wie wir es jetzt gemacht haben. War es cooler. So, zwei Leute waren... Oh, toll. Dann komme ich da raus. Jetzt hier hin. Warte, ich habe Angst vor diesem Tesla-Ding, ne? Öh! Öh! Ah, ich habe keine Muni mehr. Nein! Ach, doof. Nochmal. Das üben wir nochmal. Ich habe den gar nicht gesehen gehabt, wie der da stand, ne? Ich glaube, da kommen wir lang. Ich weiß noch nicht, wie wir ihn greifen können. Gar nicht, oder? Ich kann ihn nicht greifen. Mist. Oh. 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 Und dann, das Quartier des Hauptmanns. Soweit kapiert? Ich bin ja nicht blöd. Was kommt dann? Dann kommt der Dunwar. Und danach, der Royal Dunwar. Den hattest du. Sehr, sehr gute Karten. Werden nur von einer geschlagen. Sehr selten. Die hatte ich. Das ist die. Sag schon. Sag, ich will's von dir hören. Sonst lernst du's nie. Der Geldsack des Lord Regenten. Okay, die haben da, glaube ich, über Karten geredet. Jetzt weiß ich nicht, wo der andere hin ist. Oh, 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 oh. Ist der andere hin? Da ist er. Schlaf, 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 schlaf. Gute Nacht. Okay, Nummer 1. Da steht Nummer 2. Den kriegen wir auch noch. Jetzt. Go, 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 go. Und, gute Nacht. Jawohl. Ah. Das macht jetzt richtig Spaß, wenn das dann auch klappt alles. Da drüben stehen auch noch welche im nächsten Bunker oder was auch immer das hier sein mag. Die würde ich noch ganz gerne wegbekommen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir auf dem Weg noch irgendwo ein bisschen Betäubungspfeile. Und dann können wir uns um die kümmern. Ansonsten gucke ich jetzt erstmal, wo wir hier hinkommen. Hier geht auch irgendwas lang. Das heißt, ich glaube, hier ist auch der Tesla angeschlossen. Kann das sein, hier mit dem Kabel? Jetzt ist der Tesla aus. Ja, sehr gut. Die merken das zum Glück gar nicht. Warum steht dann an 0,1? Ist das wichtig? Da geht's auch irgendwo hin, ne? Kann das sein. Können wir hier irgendwie rein? Nee. Wofür ist denn das hier? Wahrscheinlich für gar nichts. Da geht's hoch. Das ist ein Kepter. Was machen wir jetzt mit dem da? Na, den krieg ich halt einfach nicht, wenn der da so dran steht. Hm. Das ist echt doof. Okay, komm, dann schauen wir uns da oben erstmal um. Hier haben wir, glaube ich, nichts weiter, ne? Oh. Was ist das hier? Ach, schauen wir uns mal an. Hat man auch von hier rein gekonnt. Na, ab an die Kette. Einmal auf. Wird man auch Treppen laufen können? Momentan läuft's noch ganz gut. Was mir doch sehr gefällt. Gefällt. Was mir doch sehr gefällt. Wollte ich sagen. Drüben haben wir nix. Zweiter Stock. Hier kommt da bestimmt irgendwo noch einer, oder? Nummer 12. Wir klettern irgendwie gerade ganz nach oben auf die Brücke, ne? Kann das sein? Ach, guck mal hier. Mal kugeln. Ich brauch Betolbungspfeile. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nicht zum Alarm. Hör auf, hör auf, hör auf. Erstmal, erstmal verstecken, verstecken, verstecken. Oh. Okay. Oh, ich wollte ihn nicht töten. Mann, wo kam der denn da? Der kamen die Treppen runter. Jawohl, ach so. Ah, was hat er denn da? Zugrückenschlüssel. Sehr gut. Das ist ja doch gerade nochmal gut gegangen. Dann hier, kuschelt mal schön. Okay, und auf ein neues. Können wir auch gleich hochklettern. Ja. Oder auch nicht. Ne, wie war er? Auf E, ne? Ne, auf R. Auf R. Auf R. Das war echt die gesamte Brücke hier nach oben, ne? Das ist schon krass gemacht. Da hinten laufen zwei. Ich sehe da seine Beine. Mann, was machen wir mit denen da unten? Ich will die weg haben. Und. Ach, hier, Zugbrücke. Mhm. Ich würde sagen, wir... Ah, nein. Kein Betrückens. Was machen eigentlich diese, ähm, blauen Dinger? Okay, Brand. Die habe ich noch nie benutzt, ne? Wir können mal rein theoretisch runter oder hoch. Erstmal nach oben. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das ist schon cool. Ach, von hier hätten wir auch da hingekonnt. Okay. Komm, hier müssen noch irgendwo Betäubungsbolzen rumliegen. Ich komme noch nie sehen. Sind wir gleich ganz oben? Warte mal. Haben wir jetzt da irgendwas übersehen? Ich bin mal gespannt, was es da oben gibt. Keiner hier. Also, wenn wir jetzt hier noch auf jemanden treffen, würde ich mich echt wundern. Ah, König der Welt. Errungenschaft bekommen. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade raufgeklettert bin. Ich will aber noch höher. Was geht da noch höher? Nicht wirklich, da kommen wir nicht mehr hoch. Wow. Nichts für Leute mit Höhenangst. Boah, der Wind muss hier auch so ordentlich pfeifen, ne? Also, wir hören ihn ja auch. Ah, wie geil. Das macht voll Spaß hier oben. Ich fühle mich gerade irgendwie wie bei Assassin's Creed. Okay, und hier geht es jetzt wieder runter. Tja, jetzt haben wir aber immer noch nicht die da drüben weg. Ich quatsche mal gerade irgendwas. Irgendwo sind sie ja. Ähm, wo haben wir unser Augard? Zwei Leute da. Okay, zwei Leute. Hier sind noch eins tiefer, ne? Aber er ist doch auch hier oben lang gelaufen. Das heißt, einer kommt hier nach oben irgendwie. Den hatten wir hier oben auf jeden Fall gesehen. Hier geht auch irgendein Kabel lang für den Tesla. Okay, die machen wir auf. Ach, das sind die Scheinwerfer. Deaktiviere die Scheinwerfer des Kontrollpostens und weg war's. Irgendwas Tesla hat hier noch rum, ne? Hört er das? Das macht so Blitze-Blitze-Geräusche. Blitze-Blitze. So, wo kommt der jetzt hoch? Wo kam der denn her? Wo kam der denn her? Nein. Ah! Ah! Nein! Hört auf mich zum Zingeln. Hört auf mich zum Zingeln. Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, Leute. Du! Bin ich nicht runtergeflogen? Alter, was war das denn? Okay, da ging es nicht runter. Mann! Ach, wie doof. Ah, okay, hier sind wir. Mann! Hat so gut angefangen, ne? Naja, hätte mich auch gewundert, wenn es mal läuft. Na gut, ihr Lieben. Mann, jetzt muss ich husten, Ollo. Dann danke ich euch erstmal fürs Zusehen. Dann mache ich hier einen kleinen Break. Ach, guck mal, wer da kommt. Ist das Piero? Ich glaube, da kommt Piero gerade angefahren. Äh, nicht Piero. Unser, ähm, Samuel. Oder? Was ist der doch, ne? Wie gut. Samuel! Wo geht er denn jetzt hin? Hey. Ich dachte, der hält hier irgendwo. Da hinten hält er irgendwo. Okay, cool. Na gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Vielleicht kommt der hierher. Lass mal zu. So, irgendwo ein schönes Bild hier. So. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Wenn es wieder heißt. Das war's. So. 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 Vielen Dank.